Wir waren hier stehen geblieben. Beim Warlock, der auch eine Menge Runen hat. Wir gucken mal rein. Die meisten Runen, denke ich, werden nicht nächste Phase kommen. Aber ich denke, einige werden drin sein. Ich habe die Theorie, dass die Bracers und der Helm und so weiter nicht mit drin sind. Sondern erst nächste Phase dann kommt. Okay, was haben wir hier? Wir haben ein Grimory of Synergy. Reside from a dark tone, grounding damage done by you or your summoned demon. Warte mal. Also wenn ihr selber Damage macht, habt ihr eine Chance, dass der Damage von eurem Pet erhöht wird in 5%. Und wenn euer Pet Damage macht, hat das Pet eine Chance, dass der Damage erhöht wird. Also habt ihr eine Chance, dass der Damage von euch erhöht wird. Richtig? Also im Endeffekt könnt ihr euch, pusht ihr euch gegenseitig hoch. Right? Ist eine Retailability, okay. Hm. Dann haben wir Invocation. Das hatten wir gestern gehabt. Das war auch schon bestätigt von Blizzard, right? Die wollen wahrscheinlich Sack-Builds vermeiden. Kann sein, ja. Das ist das Ding, wenn ihr einen Dot auf dem Gegner habt, ja. Und ihr macht einen neuen Dot drauf und der alte Dot läuft unter 6 Sekunden ab, kriegt er nochmal ein Damage oben drauf. Ist halt ganz okay. Naja, dann müsst ihr eure Rota nicht so hart spielen. Right? Das geht. Dann haben wir Shadow and Flame. Oh, warte mal. Das Symbol kenne ich auf jeden Fall. Irgendwo her. Also wenn ihr kittet, habt ihr einfach mehr Damage. Mehr ist es nicht. Also, einfach irgendeine random passive Fähigkeit. Ist ganz gut für Destro. Also ich denke, Destro sieht ganz gut aus mit dem zum Beispiel. Hallo Grauber, Destro ist ja allgemein schon relativ stark aktuell. Ist ein Waddle-Kart-Talent. Auf jeden Fall wild. Dance of the Wicked. You and your Demon Pet A, das war die Dot Chance. Finde ich ein bisschen weak, das Ding. Das finde ich ein bisschen weak. You and your Demon gain Dot Chance, equal to your Spell Crit. Each Champ you Crit. Also im Endeffekt, Metamorphose Warlock wird ein bisschen mehr tanky. Was ich halt weird finde, weil du bist eh schon komplett tanky als Meta-Warlock. Also eigentlich, der Meta-Warlock braucht nicht mehr tankiness. Von daher, ich hätte den Meta-Warlock wahrscheinlich eher irgendwie AOE-Threat oder so gegeben. Demonic Knowledge. Genau, der braucht Agro, der Typ. Increased Spell Damage and Healing bei Value equal to 10% of your Damage total stamina. Plus Intellicate. Spell Damage and Healing. Okay, je nachdem wie viel Stamina dein Pet hat und wie viel Intelligenz dein Pet hat, bekommst du Damage. Also Spell Damage. Das heißt, wenn dein Pet durchgebufft ist mit Stamina und so weiter, kriegst du mehr Spell. Right? Mit oben drauf noch. Das Beste kommt noch, ich bin sehr gespannt. Oh, warte mal, ich sehe schon, Emulation Aura. Genau das hat er nämlich gebraucht. Dann haben wir Shadow Flame. Oh, Shadow Flame ist, glaube ich, dieser Conflaggerade. Warte mal. Geben sie dem Conflaggerade mit dazu. Also Shadow Flame ist so ein bisschen wie der, wie diese Feuerflamme von dem Mage, wo dieser Drache rauskommt. Und Drachen Odem. Da stieß einfach so ein Cone nach vorne und der macht eine Flamme auf den Gegner drauf und das kann Consumer Conflaggerade. Und Conflaggerade ist ein Spell gewesen. Da kannst du, glaube ich, dem Gegner die Flamme runterziehen und Damage machen. Right? Ist aber ganz cool. Ja, ich finde Shadow Flame war ein cooles Talent. Und ich glaube, das hat er sogar ein Slow oder so auf den Gegner gemacht, oder? Also damals zumindest. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Emulation Aura. Ist auf den Bracers drauf, kommt wahrscheinlich nicht nächste Phase, würde ich sagen. Ähm, ihr macht einfach AOE-Schaden um euch drumherum. Und ihr kriegt weniger Magic Damage. Steht mir dabei. Und das bleibt so lange aktiv, bis ihr das cancelt. Also es ist eine dauerhafte Aura, die oben mit drauf ist. Klingt auf jeden Fall ganz interessant. Und genau das brauchen Meta Warlock. Ja. Meta Warlock ist sowieso super, super tanky. Der Grab ist ziemlich irrelevant, aber der braucht halt irgendwie Threat. Generierung. Ich muss sagen, auf Horde braucht er es nicht mehr, weil auf Horde seid ihr habt den Shaman Buff für einen Tank. Aber auf Allianz Seite vor allem. Und sowas würde auf jeden Fall helfen hier. Oh, ein Felgard. Ist auch aus Wodlkar. Leute, die packen nur Wodlkar-Fähigkeiten rein. Also no joke. Das ist einfach Wodlkar 2.0 mittlerweile. Der Felgard ist einfach ein neuer Dämon. Der euch hilft und einfach gut Damage macht. Der hat glaube ich einen Charge und hat so eine riesige Axt dabei. Ist ein neuer Demon. Mehr ist es gar nicht. Warte mal. Hier ist aber was Interessantes mit dabei. Die Quelle ist getarter meint vom aktuellen PTR-Bild von Blizzard. Also das sind die Dinge, die auf dem PTR-Realm gerade mit drauf sind. Ob es kommt, weiß man nicht. The Felgard benefits from all talents and effects that trigger or benefit any of your other Demons. Bedeutet das, der kriegt jeden Effekt vom Demon. Also das wird er bekommen. Das wird er kriegen. Das wird er kriegen. Das wird er kriegen. Das wird er kriegen. der wird alles kriegen also jeden effekt davon würde der warte mal würde der auch das hier alles kriegen wenn die sagen jeden effekt bekommt er würde der fünf punkte die monolith geben der typ kann ja jeden red solo machen und er könnte alles tun das wäre auf jeden fall ein wildes ding junge das wird auch kriegen hier eine menge mit dabei anstelle fliegt schon kann man auch noch da ist einfach ein dot den ihr mit drauf werfen könnt wenn der gedispert wird kriegt er glaube ich in silence und dicken damage ziemlich sicher du hast 2000 königskraut gekauft aber ich habe keine ahnung wofür du die brauchst ich habe nur gehört dass man die braucht ich habe keine ahnung ich werde mal reinschauen in alchemie ich würde etwas so drehen gehen und mal schauen was da so gebraucht wird für bei alchi ein priester schon angeschaut ja ich werde aber nachher auf dem discord auf dem jeder klasse sobald ich das fertig ja hier ist mein discord ja ich poste es dann in den announcement channel rein als anstelle der fliegt dort den ihr aufwirft und der der mensch macht und wenn er die gedispert wird kriegt der gescheitert nochmal der mensch der gegner aber only one anstelle fliegt schon oder immer lädt kann auf dem tage drauf sein dann haben wir den helm backdraft konflikt der billig also grand spiel cast in hast okay dieses ding anstelle fliegt schon ist auch wortelka oder tbc eins von beiden dieses ding macht konflikate zum wortelka konflikate aber ein wortelka war es glaube ich so dass du spell hast bekommen was für drei verschiedene cast also dreimal spell hast und dann war es weg hier bekommst du das ding für zehn sekunden durchgehend also desto warlock sieht sehr gut aus muss sagen also von den castern bisher es sieht sehr langweilig aus muss ich sagen aber sieht sehr stark aus langweilig aber stark als einfach mehr spell hast und pandemic okay deine deine dort konkreten im endeffekt das war's also je nachdem was alles rein kommt es kann auch sein dass nur die oberen sechs reinkommen warlock sieht gut aus aber sehr langweilig muss ich sagen gut aber boring mehr ist es nicht